Dort! Die Docks! Okay, wir müssen hier raus. Abby, hier lang. Komm! Lass keinen von den Freaks aufnehmen! Erlöse sie! Erlöse sie! Erlöse sie! Abby! Erlöse sie! Achtung! Achtung! Aus den Wörter und Treppen! Aus den Wörter und Treppen! Sie hat uns unter den Wörter und Treppen! Sie hat uns unter den Wörter und Treppen! Monster! Dein Leben ist vorbei! Die Docks sind hinter dem Hügel! Lilly! Du hast die Wolves hergeführt! Sie haben alle! Sie hat uns unter den Wörter und Treppen! 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 Sie müssen hier schnell weg! Komm schon! Komm schon! Die Stützen werden nicht halten! Lenk! Oh, Mr. Schade! Der Seyfer hat erlaubt. Lägg ihn auf, fool! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Stopp! Hör, stopp! Sie hatte nichts damit zu tun. Zieh Spargel. Gut. Abby. Komm mir nie wieder unter die Augen. Komm. Komm. Hey, Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja, es ist okay. Alles gut.